des doktors neue kleider und damit ein herzlich willkommen zurück zu einer folge dead by daylight ja ich spiele den doktor und nicht den freddy und es wird eine niederlagenrunde das weiß ich jetzt schon nicht kann backwater und pale rose definitiv nicht als ich da spiele aber Vielleicht wird mir doch alles ganz anders als ich dachte. Genau das meine ich, Alter, ich verliere die Leute hier so dermaßen von schnell, das geht gar nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Was ist das? Ich habe so das Gefühl, hier wird nicht gerne geholfen in dieser Runde. 2. Kill, also 3 gehankt, 2 tot. Was ist das? 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 Ich raub auch noch nicht so ganz, warum die Schatten zu spielen. Ich sag nichts. Ich sage nichts, warum ich hier die Schatten muss. Ich sage nichts. 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 Ich sage nichts zu sagen. Ich sage nichts zu sagen. jetzt kann ich will ich mir gar nicht mehr so gut ja 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 so kleine dame da hätten wir dich jetzt auch weil dann hätte ich für das event schon mal wieder ein flaschen für den flaschen mehr ja wir gucken uns noch mal an wie viele punkte wir gemacht haben ja nervkitzel der jagd haben sie zwar zerstört aber mal in ruine auf zwei haben sie leider nicht bekommen so ist das dagegen unbarmherziger killer das doktors neue klamotten halten ja aber doch für gute gemachte auch noch ein damit danke ich mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschau tschau